So, hi Leute, wir sind jetzt am Düsseldorfer Flughafen, gehen gerade durch die Sicherheitskontrolle. Da ist meine Mutter. Hallo, hi. Und wir müssen erst noch in London umsteigen, auf dem Weg nach Seoul. Weil es gibt keinen Direktwirkung in Düsseldorf aus und ab Frankfurt war es uns halt einfach viel zu teuer. Und ja, deshalb fliegen wir jetzt erst nach London und müssen dann wahrscheinlich nochmal die Sicherheitskontrolle. Und haben nur eine Stunde Umsteigezeit, anderthalb Stunden, irgendwie sowas. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen und ja, ich melde mich in London wieder. Oder wenn ich gleich nach der Sicherheitskontrolle was Interessantes finde. Also eher in London. So, angekommen in Heathrow und jetzt schauen wir mal, wo unser Anschlussflug geht. Wir haben jetzt eine Stunde zwanzig Zeit, das ist halt nicht so extrem viel. Aber wir sind pünktlich, also mache ich mir jetzt nicht so... Ich habe Sorgen. Okay, das hat gut funktioniert. Wir haben jetzt noch ungefähr 40 Minuten, bis unser Weiterflug geht. Und der dauert dann einfach mal zehneinhalb Stunden bis Seoul. Und deshalb habe ich noch was zusätzlich zu dem veganen Menü, was wir bei British Airways vorbestellt haben, habe ich mir noch was geholt. Diese hier, das sind quasi einfach nur Nüsse mit Trockenfrüchten und ein paar dunkle Schokolade, Kakao Chips. Und meine Mutter kennt die nicht, also dachte ich, dass ich ihr vielleicht auch was mitbringen kann. Jo, wir können gleich boarden. Und dann elf Stunden irgendwas machen. Es ist halt eine plus sieben Stunden Zeitverschiebung. Dementsprechend ist es jetzt in Seoul, 19 Uhr irgendwas. Ich habe jetzt extra die ganze Nacht fast nicht geschlafen, um jetzt müde zu sein, um dann im Flugzeug zu schlafen, weil wir um sieben Uhr morgens in Seoul landen. Und wenn ich jetzt schlafe, bin ich dann ja ausgeruht, wenn es morgens ist. Das habe ich, glaube ich, gut eingefädelt. So, wir sind jetzt hier im Dreamliner. Das ist das Setup. Da habe ich alle wichtigen Sachen reingetan. Und schaut euch mal, wie groß das Fenster ist. So, was das beide haben. So, es ist anderthalb geworden. Also, ein reminder, smoking is not coming to you at any time while it's on board. So, es ist ja. So, jetzt силь submarin. So, jetzt geht es, wenn wir nicht relaçãoen, corporiert werden. Das ist groz magicallycesskikes. Das war's für heute. So, wir sind jetzt in Seoul angekommen, haben jetzt unsere Tickets zum Bahnhof gekauft. Wir hatten gerade ein bisschen Probleme mit der Kreditkarte, wie das immer ist. Man muss halt eine Bank suchen, wo die deutsche Kreditkarte funktioniert. Wir fahren jetzt in die Stadtmitte und schauen, was wir machen. Wir haben schon einen Kaffee intus, weil wir nicht wirklich geschlafen haben. Wir fahren jetzt von hier bei dieser Linie folgend bis dahin. Seoul Bahnhof. So, wir sind jetzt angekommen und haben unser Gepäck in so einem Gepäckschließfach abgegeben, was halt irgendwie nur 4.000 Won gekostet hat. Also 3 Euro irgendwas, 3,80 Euro oder so, 3,90 Euro. Und das war jetzt so ein mega großes Ding. Also locker dreimal so groß wie diese Gepäckschließfächer, die man bei uns von der Bahn kennt. Und ja, es ist jetzt 11.30 Uhr, wir kommen um 15 Uhr ins Hotel und wir denken leider so, wir sind so müde. Und haben jetzt einfach hier in den Park gesetzt. Unter so einem Sonnensegel. Und ja, da hinten das da. Ich kann so den Ansätzen erkennen, war mal das höchste Gebäude Koreas, ist es jetzt nicht mehr. Und da halt so Geschäftsgebäude und dieses Ding hier, das ist von der Firma Henkel aus Deutschland. Ist ganz merkwürdig. Also wir, ja, wir entspannen uns jetzt hier noch ein bisschen, machen danach vielleicht noch irgendwas und gehen dann ins Hotel. So sieht das Waschbecken über öffentliche Toiletten aus. Und dass dieser Knübbel, den ihr seht, das ist Seife am Stopp. Ja. Damit verscht man sich die Hände. Quasi einfach dran dran. Rubbeln. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ja. Das mitä? Ich hatte man sieht halt mit dem... So, wir gehen jetzt zurück ins Hotel, das zeige ich euch gleich und ansonsten war es Wir gehen jetzt wieder schlafen, weil wir müde sind. Obwohl wir vorhin bei Starbucks mal wieder einen Kaffee getrunken haben, das geht halt gar nicht, ne? Also diese Zeitverschiebung nach Osten hin finde ich immer so extrem. Und ja, ich schneide euch jetzt noch ein, was Wein gekauft haben und dann sehen wir uns morgen. Ja, wissen wir auch, gell. So, wir haben uns einfach Äpfel gekauft und Äpfel sind in Korea einfach, also Obst und Gemüse ist halt allgemein mega teuer. Wir werden jetzt bei IMAT, was quasi so ein größerer Supermarkt ist, die irgendwie alles haben, so real ungefähr vielleicht. Mama macht das Licht wieder an, danke. Und wir haben jetzt diese Tüte hier, da fehlen jetzt zwei, ich mach meine Mutter gerade sauber, die hat 7 Euro gekostet. Wir haben auch diese Cracker hier gefunden, die auch palmölfrei sind und sowas. Und die haben glaube ich auch irgendwie 2,50 gekostet. Aber Obst und Gemüse ist hier schon wirklich teuer. Holo kommt zu dem, wirixed nicht mit Untertiteln sehen. asc Alex und Freunde, ganz spannend. Vielen Dank.